moin moin meine lieben freunde und recht herzlich willkommen zurück zum nächsten part von south park the stick of truth und alte wir hauen dich jetzt mal wir müssen auf zum neuen taco bell aber vorher gucken wir uns noch mal hier so ein kleines bisschen die side quest an die wir hier zu erledigen haben member pick ich glaube da werden wir jetzt als erstes mal hingehen wir wissen ja wo wir runter müssen wenn wir zur kanalisation runter müssen dark ich glaube das war hier entweder hier gewesen mietze tschüss mietze hier war das nicht hier war das ja nur mit jimbus ganz und so ok dann gehen wir jetzt erst mal hier lang hallo vater maxi dann gucken wir mal ob wir hier den eingang haben ja hier haben wir den kommen wir da wohl nicht runter hey ein kindergarten kind eigentlich nein ich wusste halt schon vom ersten mal durch spielen wo du bist jeweil küre haben wir bekommen gucken ob wir hier vielleicht misst auch ja danach könnten wir auch mal suchen und so geld klumpen scheiße tv ein bisschen kämpfen das haben wir im letzten part ja nicht so gehabt wir ziehen die ratte hier mal ab die ist betäubt da haben wir sie getötet aber ich habe vergessen gerade hier die hier gerade so ein kleines bisschen vergessen das da anzubringen oh mein gott oh mein gott oh mein gott mr hanky der weihnachtscoat oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 You're a fucking Krablet! Was? BAM! ZERSTÖRT! Ach, auf A war das ja! Und beide down! Perfekt! Na gut, das habe ich ein kleines bisschen versaut. Ja gut, dann machen wir das auch jetzt noch in dieser Folge. Werden wir da die Hauptstory noch ein kleines bisschen warten lassen. Ach ja. Dann kommen wir hier, hier hin. Amber! Freundschaftsanfrage bekommen! Ach ja, das ist so scheiße, ne? Oh, hier ist ja auch schon grüner Schleim und so, ne? Gucken wir jetzt erstmal hier schon wieder so einen klumpen Scheiße drin. Den werden wir nachher alles verkaufen. Oh, schon wieder ein Obdachloser! Wütender Penner! Okay, Stan! Dann zeig uns mal deine Fähigkeit, den Diskus der macht. Oh, da drauf habe ich nicht geachtet! Ich brauche Leben! Ich brauche Leben! Heiltrank! Okay, dann lassen wir uns von Stan jetzt erstmal hier so einen kleinen, so einen wunderschönen, Gesundheitstrank geben! So! Boom! Und wisst ihr was? Todesmarkierung gibt jetzt hier den Rest! Ja, das ist pretty badass! Ja, das ist 100% Ah, ist ja nicht mehr viel, was wir brauchen. Ah! Mal gucken, was haben wir hier unten? Kommen wir nur hier hin! Surferboy Perücke! Stab der Verschwendung! Level 7! Na, wir haben Level 8! Oh, Mr. Zweig! Wir haben gerade Mr. Zweig gefunden, Leute! Holla, die Waldfee! Okay! Ich bin in einem Seward, 找' für Poop! Extra nice?! Extra nice?! Okay Stan, dann mach du mal eben hier deinen Diskus! ist groß okay ist denn du bekommst ein gesundheitsrang von mir und dann noch einmal den diskus den haben wir ist genauso wie sein vater der liebe stan obdachlosen umgesiedelt nach ab durch die kanalisation ok darüber kommen wir höchstwahrscheinlich noch ach come on stop ab boom gerade noch so gerade noch so simon willkommen oh da sind wir jetzt hier da haben wir jetzt endlich das schnell durch da gucken wir uns das hier nochmal an geld schlamm papier rolle tv auszeichnung tv auszeichnung und schon wieder nur scheiße da schon wieder ein obdachloser hello hello ah ja da no way dude naja nicht komplett gut aber naja und da hauen wir ihn einfach mal so weg oh mein gott we call enemy ok wir wollten hier lang es fehlt nur noch eines dieser kinder von mr hanky hm hm wo könnte das denn nur sein hm 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 wo kommen wir denn wo kommen wir denn nein 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 oh mein gott leute wisst ihr wo wir hier sind wisst ihr wo wir hier sind leute wenn nicht dann erfahrt ihr es im nächsten part ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen dead cliffhanger ähm wir werden bitte nicht vergessen machts gut und tschüss